Ich habe wieder das falsche Shirt an, ey. Ich könnte kotzen. Ja, das ist aber so bequem eigentlich, aber nicht für Stream geeignet. Ein Shirt, was nicht für Stream geeignet ist, na egal. Ja, das rutscht mal so nach oben und dann sieht man meinen Hals nicht. Dann denkt man so, wo ist dein Hals hin? Na hier, wenn ich es so mache, so. Oh Leute, wenn ich mein Shirt zuhabe irgendwann, dann denkt ihr auch so, ne. Er hat keinen Hals. So, weg ist der Hals. Scheitendreck. Ich habe einen. Was ist, was ist, was, was gemeint ist, hä? Bei Discord Ankündigungen kommen Sachen rein, wenn man was ankündigt. Sag doch schon, der Channel Discord, also Ankündigungen. Hä? Wenn ich jetzt zum Beispiel was anzukündigen habe, ich bin morgen spontan nicht live, dann kommt das da rein, ne. Sowas zum Beispiel. Oder wenn ich, äh, auf einmal schwanger werden sollte, dann kommt das auch da rein. Leute, hört mal, ich bin heute nicht live, äh, ich bin spontan, äh, schwanger geworden. Keine Ahnung, sowas halt, ne. Habt ihr mal Bock gleich, äh, bisschen in Facebook, äh, Bilder anzuschauen von mir? Weil ich hab da besseren Zugang dazu als ihr. Hätte ich auch mal Bock drauf, alte Bilder anzuschauen. Und auch meine Malle Bilder. Ich wollte mal alte Bilder anschauen, also was heißt alte Bilder, also Facebook Bilder von mir. Von Mallorca und, äh, von damals meine Partybuden und so. Partyvideos, wie damals meine Partyhütte aussah. Also meine, ich hab, äh, war ja auch teilweise nicht Partyveranstalter, aber ich hab halt, ähm, auch Partys, äh, organisiert, äh, damals. In meiner Wohnung. Und veranstaltet, auch Silvester und so. Ich wollte dann mal sehen, wie die Partys damals aussahen. Abischt! 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 was das denn für ein hindernis gewesen hä wohin oh big mac super so kannst du von mir aus alle alle sag schon signieren ich kann gerade mit kack arsch und ohne handy echt das darf ich mir nicht vorstellen biggie biggie hier ist endzone was macht er Alarm Alarm was willst du denn biggie er ist eigentlich gedacht für items und nicht fürs rumspielen und tauchen und sonst was ja 10 gibt euch coins so im bau aber ich finde es doch gut gebaut hier die köpfe aber wartet alle leute nicht zu schnell rein laufen hier wir müssen auch ein bisschen gucken leute wir müssen auch ein bisschen gucken hier hier ist panda hilfe der mann ist schon irgendwie kaputt hey hummel nicht in die ecke pissen komm hier rein hummel na sag mal habe ich ihn in die ecke pissen er hat da reingepisst qualmt schon hier ist auch kalt draußen was ihr fehlt echt naja hat er seinen namen falsch geschrieben er hat seinen namen falsch geschrieben bigge er hat seinen namen falsch geschrieben oh man bigge ich kann nicht mehr schießen FIFA 19 besser ja natürlich mach einfach wenn du FIFA 9 hast einfach ein adding und schreibt davon eins ja Marco Ferrati Fabian das war alles bei Ferrati nach oben oh big mech meine güte mann ach ha wie geht das ha der ist drinnen der ist drinnen mann beim ballbesitz sehen wir vorteile aus deinem Bedürfnis und auch die chancen holen sie immer wieder raus naja ha du bist nicht da dring ha nein was ist drinnen stopp stopp wenn ich schon was ehr los ehr los Ehrlos Ehrlos Ehr ha ha humm fahr ha er hält es immer nicht dabei er darf nicht ant nehmen Musik